Oh Ja, das hilft mir so gar nichts eigentlich. Ich fürchte, ich brauche die Kiste da drüben. Oh, 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 der kommt hier zurück. Er rollt. Ich glaube, ich habe das nochmal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh nicht ertrieben und wasser marsch auch die kiste alles klar ich brauche die kiste keine kiste 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 ja und nun ach dieses spiel ich brauche nur eine weitere kiste ich könnte hier eine kiste schon mal ok wenn ich auf der Leiter bin kann ich nicht runterspringen wisst ihr was schon lange nicht mehr passiert ist ich bin schon lange nicht mehr gestorben ich bin mir nicht sicher warum deswegen jo hehehehe das spielte schon etwas grüber hinten ein bisschen so kiste bleibt da in servat oben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020